Heiliger Abend, 10.27 Uhr. Das ist Hendrik. Hendrik startet wie jedes Jahr in letzter Minute seine Weihnachtsshopping-Tour bei Billa. Bei der Kasse bemerkt er, oh Schreck, das Geldbörsel ist weg. Wieder einmal zu Hause vergessen. Eine Katastrophe? Nicht für Hendrik. Er zückt sein Handy mit Prepaid-Zahlungsfunktion. Hendrik scannt nur den Code und schon ist bezahlt. Er freut sich doppelt. Der Einkauf ist schnell erledigt und er kassiert Bonuspunkte. Das ist SmartPay. Wie jedes Jahr braucht Hendrik auch noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Frau. Zum Glück befindet sich gleich gegenüber ein Beate-Use-Shop. Schnell ist das perfekte Geschenk gefunden, mit SmartPay genauso schnell bezahlt und das Ganze noch dazu anonym. Auch für diesen Einkauf sammelt Hendrik fleißig weitere Bonuspunkte. Klingt komisch, ist aber so. Hendrik macht sich glücklich und zufrieden auf nach Hause. Dank SmartPay hat er die Weihnachtseinkäufe doch noch pünktlich erledigt. Zu Hause angekommen empfängt ihn seine Frau Henriette. Du hast schon wieder die Zahlscheine vergessen einzuzahlen, die heute fällig sind. Hendrik zückt wieder sein Smartphone. Mit SmartPay können auch Erlagsscheine schnell, unkompliziert und ohne lästiges Online-Banking mit einem Scan bezahlt werden. Hendrik freut sich wieder doppelt, denn er erhält nicht nur Bonuspunkte, sondern auch ein Bussi von Henriette. Kurze Zeit später kommt die 14-jährige Tochter Heidi nach Hause. Ihr Pre-Pay-Zahlungskonto ist leer. Sie braucht Geld für das Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter. Mit einer Handbewegung ist das fehlende Geld bei Heidi und sie kann einkaufen. Und mit seinen Bonuspunkten belohnt sich Hendrik selbst mit einem Geschenk mit SmartPay, From Zero to Hero.